So, wir sind immer noch im wunderschönen Tornado-Gebiet und wie gesagt, Chat, ich habe mir ja einiges durchgelesen, was mir noch fehlt und das holen wir jetzt nach und nach noch kurz nach, bevor wir weiter in die ganzen Bosse reingehen. Hier fehlt uns noch ein Dungeon an der Stelle, da gibt es auch eine einzigartige Waffe, die ich brauche, aber ich habe tatsächlich eine Kirche vergessen und hier, hier fehlt mir noch eine Kirche und hier einen Dungeon. Und das, beides werden wir jetzt auch noch nachholen, damit ich die maximalen, die maximalen Healflaschen habe und den Dungeon brauche ich auch wegen einer Waffe, die da drin ist. Ich glaube, im Tornado-Gebiet habe ich alle Bosse bis auf den Drachen, den werden wir heute auch noch besuchen gehen und vielleicht auch wieder Malenia mit einem Bananenhut besuchen. Ja, hast du auch nicht unrecht, Malvo, ne? Ich habe ja wirklich jeden Stein umgedreht. Oh, das muss es wieder sein. Wir haben noch einige krasse Bosse offen. Noch vier Story-relevante Bosse, glaube ich. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich zähle leider wieder als in Kampf, deshalb kann ich die Map nicht öffnen. Beste System, Kapaz. Malenia lebt noch. Aber für die gehen wir auch noch mal. So. Wie viele Spielstunden? Alter. Weil gleich die 90. Weil wild. Das sieht ausnahmsweise mal nicht so tief aus. Tot. Oh, die Frames, Bruder. Oh. So. Wir müssen hier... Nee, wir sind eine Station jetzt tatsächlich zu weit runden. Ich würde mir das so wünschen, dass man auch die Map aufmachen kann im Fight. Aber das ist ja deshalb gemacht, damit du nicht schnell reisen kannst im Fight. Wir können ja die Schnellreise deaktivieren, wenn man im Kampf ist. Und trotzdem kann man die Map aufmachen. Und trotzdem kann man die Map aufmachen. Die neue Rüstung, die wir anhaben, Chad. Ultra-Tanky. Habe extra noch mal ordentlich reingeskillt in Konditionen, damit ich die carryen kann und keine Fat Roll hat. Ob ich denke, dass ich heute fertig werde? Ah, ich glaube, es wird knapp. Also wenn, dann wird es wirklich eng. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, wir werden am Samstag das Finale haben. Irgendwo müsste eigentlich mal ein Bonfire sein, oder? Guck mal kurz. Und dann halt noch eine New Game Plus für das eine Item, was ich verpasst habe. Ah, hier, guck mal. Da leuchtet es doch. Die Lichter gleiten. Morgen ist Stream frei. Weiß ich noch nicht. Vielleicht spontan. Aber Samstag, ey. Wo man alles nachlesen kann. Gibt es schon viele gute Guides online. Die meisten guten sind halt englisch, ne? Digger, der macht mich einfach trotzdem so weg, der Brüder. Dachte, du zockst blind. Jo. Habe ich ja bis jetzt auch. Aber ich wollte wissen, ob ich noch in dem Spieldurchgang Platin schaffen kann. Und das habe ich nachgekaukt, wo die Platin-relevanten... Oh, Kriegsasche Blitzbock. Wo die Platin-relevanten Items liegen. Und 95% haben wir einfach schon alles eingesammelt. Ultra geil. So. Okay. Hast du alle heiligen Tränen? Ich bin gerade auf dem Weg zur letzten. Das war's komplett mit ihm. Hier die Kirche. Echt gut versteckt, der Lachs. Am Arsch der fucking Elle. Da ist ein Drache in der Nacht. Segen des Drachenblitzes. Noch ein Spell. Zack. Blitzbolzen. Und da ist er, Chad. Die letzte... heilige Träne, die mir noch gefehlt hat. Und wenn es hier einen Drachen in der Nacht gibt, dann checken wir den auch noch gleich aus. Aber jetzt gehen wir noch in den Dungeon rein. Weil in dem Dungeon... gibt es noch eine... Kriegsasche, die mir fehlt. Eine legendäre. Und da ist es noch nicht so gut. 12k. Oh, das ist auch eine legendäre Waffe, weil die golden ist. Schwarzer, schwarzes Messer. Ich weiß nicht, welche Asche hier ist. Ich kenne nur den Namen auf Englisch. Aber hier ist eine, die wir brauchen. Wie Paulana Spezi, Bruder, Paulana Spezi. Beste Mann. So. Flaschen, Flaschen verstärken. Mit heiliger Träne verstärken. Plus 12 und insgesamt 14 Zipper. Ja. Okay, wir haben noch reichlich. Purpur-Samentalisman. Okay, noch einen. Verstärkt die Lebenspunkte-Regeneration von Purpur-Tränen. Lol. Alter, Chat, ein Big-Item. Dadurch healt die Trinkflasche noch mehr, als sie ohnehin schon tut. Das muss ich mal ausprobieren. Wie heftig der Effekt reinknallt. So, dann gucken wir mal im Dungeon uns gründlich um. Mir fehlen noch vier, fünf Bosse. Vier Main-Story-Bosse und ein, zwei Side-Bosse. Zum Beispiel Milenia ist ja eigentlich auch kein Hauptboss, ne? Aber sie ist eine Fragment-Trägerin. Das war ja so klar. Jetzt sind wir einfach nur hier oben, oder was? Eine Abkürzung ohne Abkürzung. So. Jetzt wieder nicht angreifbar. Wann wir in den Tornado gehen, waren wir gestern. Da fehlt uns noch der Drache. War da eine Leiter? War da eine Leiter, Bro? Bin ich wieder blind gewesen? Oh, nee. Oh, nee. Ja, okay. Dann müssen wir die Leiter am Shortcut gleich mal abchecken. Habe ich wieder nicht gesehen, ich blind fische. Oh, endlich mal wieder hier. Eine Beilfalle. Oh, nein. Oh, nee. Drachengebiet Schleyer nicht vergessen. Ah, stimmt, da war was. Ah, tut sich das gut anfühlen, wenn man einfach mal überlevelt ist. Okay, na schön, wenn ich mal fnabbert. Einen. Oh, Drachenschild-Talisman plus eins. Den normalen habe ich einfach noch gar nicht gefunden. Jetzt habe ich ein plus eins, plus zwei und noch in... Wie heißt es? Legendär? Ja, legendärer Talisman. Zweitbestes Game von FromSoftware, welches du nach Elden Ring spielen darfst. Uh. Dark Souls 3 ist auch ein dickes Leckermäuchchen. Wenn du es halt... Wenn du so ein ähnliches Game möchtest wie Elden Ring, ne? Ach, da ist er, oder? Nee. Das ist keine legendäre Asche, oder? Nope. Muss noch eine hier irgendwo sein. Das ist ja nicht so. Peter ganz Pastoren-Talisman. Äh! Sabo, wie meinst du das? Welchen großen? Ich habe ja noch keinen getroffen. Jetzt habe ich mich mal wieder ziemlich verirrt. Aber hier war eine Treppe, eine Leiter, oder? Wo sollen denn die Leiter sein, Chat? Hier ist keine Leiter, oder? Ja, Dungeons sind manchmal echt nervig. Wenn alles gleich aussieht. Ja, das Wappen sieht aus wie eine Leiter. Okay. Ja, jetzt stimmt, die Leitern, äh, die Banner sehen nicht so aus. Na komm her. Kleiner Mann. 500 für einen Heap, nehme ich mit. Alles klar, Chat. I try, I try. Wir haben auch noch nicht die... Noch nicht die Boss, den Boss rumgefunden. Wir nehmen alles hier mit. Ein Heap, einen Kill. Wie soll man aber auch an das Item da oben rankommen? Hier übrigens war auch noch ein Item. Woher bekommt man so viel Leben? Lebensbilden, wo? Ahneleiter. Und hier geht es zum Boss. Das ist immer, wenn du gerade mit dem Spiel angefangen hast, dann sieht der Lebensbalken wahrscheinlich für dich so überkrass aus. Aber irgendwann hat jeder ein hohes Level. Kann dann viele Punkte in Leben investieren. Ich würde so schon sagen, so... Ah, hier sind wir jetzt hier oben. So ein Drittel deiner Stats sollten schon im Leben sein. Außer du bist Magie und gehst nur auf Range. Dann mal los. Redekopf. Aha. Wenn ihr einen Hebel gesehen habt, Chad, dann schreit. Er will uns an die Wäsche. Mit. Fällt er auch runter? Jep. Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt schaue ich mal, ob der so ein Ball weg tankt. Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt schaue ich mal, ob der so ein Ball weg tankt. Komm, ja, ja. Ist das immer noch der Samurai-Bild? Oder hast du einen neuen Kill gemacht? Einen neuen Kill? Das ist immer noch mein erster Char. Das ist immer tanky. Ah. Okay. Ich darf da nicht erst one-hit. Oh mein Gott. So, habe ich jetzt die Asche verpasst? Oder bekomme ich sie als Belohnung vom Dungeon? Oder ist die Frage? Was passiert denn immer, wenn ich die Waffe einhändig nehmen will? Ach, der. Der ist ein squishy one. Ah, kein Mana mehr. Bro, wie das aussieht, wenn man keinen Mana hat. So ein richtig whacken Schwung. Ui, kein schlechter Move-Brief, wie tanke ich einfach bin. Na komm, mach mal hier Ende. Der tötet mich noch. Ich will auf Krampf meinen Schwertschlag machen. Ich will auf Krampf meinen Schwertschlag machen. Ja, man darf die nicht unterschätzen. Da ist der legendäre Asche des Drachenritters Christoph. Life of Pii auf dem Radar. Yep. Habe ich auf dem Schirm. Sealed sehr Bloodborne ähnlich. Gibt es da eigentlich schon einen ungefähren Release? Wahrscheinlich nicht, ne? So, Chat. Jetzt fehlt mir tatsächlich nur noch eine legendäre Asche. Und die habe ich hier oben in der Stadt übersehen. Die holen wir jetzt auch noch. Und wenn ich dann alles mir richtig durchgelesen habe, müsste ich die Trophäe bekommen für alle Aschen. Wenn ich jetzt den richtigen Reisepunkt finde. Hier den Kill nehme ich wieder mit. Der gibt nämlich immer saftige Runen. Swarty, du kannst nochmal mir gleich helfen. Und zwar die Questline von der Zauberin. beim Drachen seht. Der hat uns ja so einen Schlüssel gegeben. Und da bekommt man einen legendären Zauber. Den man auch braucht. Ja, Selin. Genau. Letztes Quartal 2022 frühestens. Also, wenn wir Glück haben, noch dieses Jahr. Aber sicher ist es nicht. Aber das Spiel sieht auch sehr geil aus. Und ich glaube, Chat, jetzt wo Demon's Souls so einen wunderschönen Release hingelegt hat, werden sich wahrscheinlich auch andere Publisher sich denken, hey, Souls-like ist ein interessantes Genre. Die Leute haben Bock drauf. Das Game kam gut an. Vielleicht machen jetzt mehr Spieldesigner Souls-likes. Das wäre doch Hämmer, oder? Habe ich wieder Demon's Souls gesagt? Ihr wisst doch mittlerweile, Chat. Der Wurm, der Wurm ist drinne. Ich sage immer Demon's Souls statt Elden Ring. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen. Über mehr Souls-likes. Und zwar hier zack zack auf den Balkon. Die Tränke nehme ich mit. Und jetzt, wenn ich alles richtig gelesen habe, müsste das die letzte mir fehlende Asche sein. Ah! Asche, der reinvolle Ritterin Finlay. Sehr geil. Sehr geil. Alle legendären Aschen auf Hashemi-Masche. Sehr gut. Dann holen wir uns jetzt noch den letzten mir fehlenden legendären Talisman. Danach die letzten beiden Zauber. Und dann geht's schon an die Bosse, Chat. Was die Aschen machen, die kannst du halt beschwören in bestimmten Gebieten und Boss-Fights. Und jede Asche ist unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr starke Aschen, die wirklich ordentlich Damage austeilen. Blauer Chiller. Geiler Name, Digga. Grüße gehen raus. Legendäre Waffen. Ja, da fehlen mir noch ein paar. Und eine kann ich in dem Spieldurchgang leider gar nicht mehr einsammeln. Aber ist okay. Okay, dann halt im New Game Plus. Stimmt, den Dungeon noch am Fluss. Wichtig und richtig. Hier wird's. Müssen wir auch noch hin. Liest du das alles im Wiki? Ja, sozusagen. Ich hab halt geschaut, okay, die und die Trophäe fehlt mir noch. Was, also welches Item fehlt mir dafür? Dann hab ich geschaut in meinem Inventar, welches Item hab ich, welches fehlt noch. Dadurch weiß ich jetzt, was ich wo einsammeln muss. Welche Waffe kannst du nicht mehr bekommen? Vielleicht hilft das anderen, dass die, die nicht verpassen. Ja, und zwar, wenn ihr im Tornadogebiet den Boss tötet, verändert sich die Hauptstadt. Dann werdet ihr ja nach dem Tornadogebiet automatisch in die Hauptstadt geportet. Und dann ist ein Großteil von der Stadt zerstört durch das, durch den Brand des Eldenbaums. Und da kann man dann eine Waffe nicht mehr erreichen. Also, die Waffe einfach davor einsammeln und ihr seid fein. die ist Trophy relevant, ja. Das ist eine der legendären Waffen, die man einsammeln muss. Kann man aber alles im New Game Plus nachholt, ne? Das ist das Schöne an Elden Ring. Deshalb bin ich dem Spiel gar nicht böse. Dann machen wir einfach einen schönen kleinen Quickie im New Game Plus. Rushen nur die Main Bosse. Beziehungsweise kann man eigentlich zur Hauptstadt komplett durchreiten, Chat? Hier komplett hier lang und dann rein in die Hauptstadt. Geht das? Eigentlich schon, oder? Aber ich glaube, ich mache dann die Bosse trotzdem. Zuerst die Medaillons für den Aufzug, oder? Großer Aufzug von Dektus. Aber ich bin am Anfang oben rum. Du kannst den Aufzug nehmen von Dektus, richtig, aber du kannst auch oben rumgehen. Bin nämlich beim ersten Mal nicht mit dem Aufzug rein. Oder, Chat? Wisst ihr das noch? Oder sind wir durch den Aufzug? Sind wir durch den Aufzug und dann hier nach oben? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, auch hier kommst du weiter. Über das Gebiet. Alter, was geht denn hier ab? Ah, was haben wir denn da wieder? So, Chat, und hier im See liegt der Talisman. Jetzt hat sich ja hier das Gebiet verändert durch den Brand des Eldenbaums, der übrigens so krass aussieht hier über uns. Jetzt holen wir das Vieh hier weg. Einen Baum, der sollte uns wieder nicht so viel entgegenzusetzen haben, weil unser Feuer ja extrem effektiv ist gegen ihn. Zack. Attacke. Quasi das ist so, ein neues Item und ein anderes Item geht weg. was ist das jetzt wirklich eine Scheiße? Nein, großartig. Das freut mich doch wieder. Ungemein, jawollo. Ja, yippie, yippie, ja. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen, einfach zum Item zu laufen. Korben. Das war's fast komplett. Aber die machen sich gegenseitig auch Damage, oder? Wie ich das jetzt hier so mit sehe. Daher eigentlich gar nicht so schlimm. So, einer ist schon weg. 22k nehme ich. Nee. Mann, sind die Viecher hässlich. Das hat er gehört. hat. wie viel einfach unserer Heal den Heal, ne? Geil. Ja, ja, du mich auch. Komm, wir benden es hier mit. Nice, doppelt hält besser. Nochmal 22 Riesen. Ja. Und hier oben auf dem Ast liegt dann das neue erschienene Item. Und wenn ich auch alles mir richtig durchgelesen habe, geil, beste Leben, Trophäen. Gunst des Erdenbaums plus zwei. Dann habe ich jetzt einfach in drei normal, äh, in normal plus eins plus zwei. erhöht die maximalen Lebenspunkte, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Nice. Zack. Jetzt fehlen mir nur noch die Spells. So, zack. Ein Spell ist hier oben bei dieser Schildkröte, die sich versteckt hat. Da müssen wir nochmal hin. Ob es DLC geben wird? Ja. Zwei Stück, wenn man schon, äh, alles richtig hört. So, Swarty, mein Vester. Sag mal. Der Bot mag keine riesigen Texte. Danke dir, Swarty. Mach ich, sobald ich hier jetzt das Rätseln mit der Schildkröte hab. Wo war das nochmal mit der Schildkröte? Chat. War das da hinten? Wie kommt man da hoch? Ah, das musste hier jemand im Chat sagen, aber ich glaube, hier kommst du nur hin als Teil der Runny Quest. So, drei große Schildkröten. Bleibt die eine Schildkröte tot, die wir schon erwischt haben. dann war eine Schildkröte hier, oder? Das haben wir doch das letzte Mal versucht, aber die war nicht da. Steht übrigens auch im Elden Ring Wiki. Die Leute wissen nicht, ist es verbuggt oder ist es Zufall, ob die Schildkröte da ist. da steht auf jeden Fall, wenn man bei Position zwei keine findet, soll man erst zur Position drei gehen und andersrum. Und, dass man nicht schnell reisen soll währenddessen. Nachmittags? Was ist nachmittags? Ist die nachmittags nicht da oder ist sie nachmittags da? In einem DSC einen Drachen zu bekommen und zu reiten statt das Pferd wäre heftig. Ja. Aber einen Drachen reiten ist ja doof, wenn dann fliegen, oder? Ich hatte eine gesucht, aber nicht gesehen, trotzdem gefunden. Wie hast du sie dann gefunden? Eine vor der Tür, die müssten wir haben. Uns fehlt nur noch zwei und drei. Scheiße, wo waren die jetzt wieder? Kacke. Das machen wir gleich. Kann mir jemand da ein Video raussuchen, dass ich das kurz beenden kann? Dann mache ich erst die Cellin-Quest-Line. Einfach kurz Swarty, am besten einer der Mossen-Video raussuchen, damit ich jetzt hier nicht rumsuchen muss. So, jetzt mache ich kurz die Cellin-Quest fertig. Und zwar, wo war die Festung? Schloss Morne. Schloss Rotmähne. Statt der Zauberer. So riesig. Äh. Schloss Sturmschleier. In Limgrave. Akademie. Akademie. Sturm Tor. Äh. Vier, fünf Bosse. Limgrave Ruin da rechts. Limgrave Ruin. rechts neben dem See. Testung. Hike. Habe ich die noch nicht entdeckt? Sind die hier oder so? Habe ich die noch nicht entdeckt, Chet? Fest und Farroad. Limgrave. hier ist es im roten Gebiet. Hier ist es im roten Gebiet. Ah, hier oben. Hier oben, wo der halbtote Drache war. Ja, die Map ist teilweise einfach überwältigend, wie riesig die ist. Und man kennt sie halt nicht auswendig, weil sie einfach zu groß ist. So. So. Ist das der riesige weiße Stein? Ist der Drache eigentlich da drum gewickelt gewesen oder so? So. Ja, ich will den legendären Zauber. Ob Twitch-Probleme hat, musst du die anderen Zuschauer fragen. Check mal ab, ob bei mir bei OBS was ist. Nö, alles gut. Ah, hier ist ein riesiger weißer Stein und ein Tornado. So. Hier waren wir doch schon, oder? War hier nicht irgendwo ein geheimer Dungeon-Eingang? Ja. Haben wir tatsächlich schon gefunden, aber den geheimen Weg nicht. Danke wieder, Swarty, für die Hilfe. Ich habe es mir halt auf Wiki nur in Englisch und in Grob durchgelesen. Dafür habe ich euch ja... Runterspringen ja auf einer Kristallbote, oder? Ah, wusste nicht, dass man hier runterfallen kann. Oh, Kriegsasche. Zack, zack, zack. Ich spiele offline, ja. Nicht wegen Invaded werden, obwohl das, glaube ich, on-stream auch ein paar Leute rattig machen würde, da mal reinzukommen. Und Hallo zu sagen. Ähm. Sondern tatsächlich wegen den ganzen Nachrichten, die überall auf dem Boden sind. Jetzt sind wir wieder oben. Endlich den Endpott-Gesicht nach zwei Tagen mit einem normalen Bild. Die G ist mein Bester. Bin auch noch gespannt. Bin auch noch gespannt, was der so zu bieten hat. Hier unten waren wir doch gerade, oder? Bin mir jetzt nicht fallen lassen, da sterbe ich wahrscheinlich. Okay, hier irgendwo... Alter, das hat wehgetan. Viel zu krass. Wo... ist... Seht ihr irgendwo etwas Tür-ähnliches, Chat? Irgendwo muss hier eine Tür sein, die wir aufkriegen. Ein Bereich weiter. Ein Bereich weiter. Schauen wir doch mal. Hier waren wir gerade. Und hier sind wir ein Bereich weiter. Oh, da sind wir jetzt wieder im selben. Sieht so gleich aus. Das war wieder der gleiche... Der gleiche Spot. Hier sind wir woanders, oder? Ja, hier leben noch Gegner. Alter, der tankt das einfach. Das ist einfach der Allerechte. Das sind so tanky, die Lümmel. Okay. Ja, das sieht anders aus. Ach, ja. Man muss immer suchen, aber... Beste, wenn man es findet. Untersuchen. Silianischer Siegelbrecher benutzt. Sterne des Ruins. Da ist der Spell. Gibt es bei dem noch was? Hallo? Nee, der mag uns nicht, Chad. Schade. Quatschen wir mal mit ihr. Vielleicht gibt sie uns auch noch was. Fehlt noch einer. Ich schau mal kurz Discord aus. Ach, jetzt fragt sie uns wegen ihren Buddy. Gibt die einem irgendwas Geiles, wenn man sie befreit? Eine Rüstung? Aber wahrscheinlich für Magier, oder? Ich bin wirklich froh, dich als Apprentiz und Kindredspirite zu haben. Das ist ein barees Token meiner Dank. Bitte, mach es. Oh. So. Die hat eine Maske auf. Yep. Das sind so Magiermasken, die... ...erhören. Magieschaden oder Fähigkeitspunkte. Wofür sind die Splitter? Du kriegst über eine Zeit lang... ...über eine Zeit lang immer Mana rein. Ist richtig nützlich, wenn du gar keins mehr hast. Kannst du so einen benutzen. Ich will jeden Spell einmal haben. Easter Egg wirft den Elden Ring ins Feuer zum Ende hin und dir erscheint Gabba Gandalf mit seiner 5000 Watt Base Maschine und macht Feuerwerk. Ah, ja. Gabba Gandalf, Digga. Wer kennt die nicht? So. Schauen wir mal. Woher habe ich den Siegelbrecher? Den habe ich von ihr bekommen. Aber ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, ich weiß gar nicht mehr, warum sie den eingibt. Also da musst du auch irgendeine Quest mit ihr starten. Ich glaube, du musst ein Item finden und ihr bringen. Ey, danke noch für den frischen Zappel, komm. Sidechain, schick auch mal bitte die Aktivierung von vorhin rüber. Wenn du da bist gerade. Azurs, Komet, danach bekommst du einen Schlüssel. Stimmt, stimmt. Und den findest du in dem Magma-Gedienst. Oben links in der Karte. Und das war es fast komplett. Gerade das Darkmoon-Schwert von Rani bekommen. Das sieht wirklich so fantastisch aus. Besonders wenn du das aktivierst, dann tut der schwere Angriff, ja, wie ein Spell schießen. Warum spielt das Game jeder mit Controller? Weil es sich einfach besser anfühlt. Ey, das gibt es doch nicht. Bei ihm ist die da. Und bei mir wieder nicht. Das ist doch scheiße. Warum ist die Cracknote eine Schildkröte hier nicht? Oder ist sie unsichtbar? Vielleicht ist sie unsichtbar. Aber warum sollte sie einfach unsichtbar sein? Probieren wir es mal mit dem Bogen. Also bei ihm ist sie ganz deutlich sichtbar. Scheiße. Wir haben die doch hier auch noch nicht gefunden. Versuch mal nachts. Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben nachts, oder nicht? Es ist doch nachts, oder? Zeit vertreiben. Bis zum Nachteinbruch. Hey, Itz. Danke für die 1000 Bits, Chat. Gönn mal eine Rolex für den Pri. Ich glaube, die war bei dem Baum. Ich lese auch nochmal die Tafel davor, okay? Zack. Ich suche drei große, weiße Bestien. Und hier an der Seite. Wie groß der Bogen ist, Bro? Voll geil. Und hier an der Seite war ja eine. Die erste, ne? Die ist aber weg. Muss alles laufen. Bin ich doch. Laufen, nicht reiten. Quatsch. Ich hoffe, ich habe keinen Bug-Jet. Please no buggerino. Die im Tornado habe ich noch nicht. Die ist nämlich auch nicht sichtbar bei mir. Man muss nur zwei machen. Ja, wir schauen nochmal, ob die jetzt da ist. Filmen wir schon, Chat. Filmen wir schon. Oder ist es vielleicht so, dass halt, ja, man nur zwei haben muss, aber die zweite sich halt quasi aussucht, ob sie da ist. Also, zwei von drei reichen. Und zwei Stück tauschen immer ihre Position. Äh, das ist so komisch, Digga. Ja, die ist nicht da, Digga. Och, Mann, Digga. Mann. Ich habe da, ich, ich, ne, ich habe da keinen Nerv für, Digga. Ich habe da keinen Nerv für. Warum? Bro, bitte. Das ist das Einzige, was an dem Spiel nervt. Diese dämlichen Schildkröten-Rätsel, Bro. Braucht kein Mensch. Meine Fresse, Digga. Hier, komm. Dich habe ich gefressen. Zack, raus mit dir. Ich will doch einfach nur das Item. Da war doch eine. Ja, eine kleine, Bro. Ich brauche nur eine riesige, leuchtende. Ja, die im Strudel-Chat. Wie soll man die erwischen? Man muss doch irgendwie im Strudel die erwischen. Also, äh, irgendwie drauf die drauf reiten oder so. Wie soll man die erwischen? Hä? Hä? Warum sehen wir die? Das ist ja gruselig. Das ist ja übelst gruselig. Bro, sie flieht. Oh, Gott sei Dank, Digga. Hä? Warum habe ich die jetzt gesehen? Ist es vielleicht doch zeitabhängig? Ist es... Vielleicht weiß man das noch nicht. Vielleicht ist es zeitabhängig. Vielleicht muss man alle Zeit... Zeitdinger mal ausprobieren. Hey, Bruder. Das war ja gerade so creepy. Aber Gott sei Dank ist er da, Mann. Holy shit. Gott sei Dank. Rein in den Turm. Jetzt bin ich gut drauf. Ist halt jetzt doof für die Leute, die es dann nachspielen, weil ich dann jetzt nicht genau weiß, woran es lag. Aber ihr habt gesehen, die an der Klippe war nachts nicht da. Die im Tornado in der Luft war sichtbar. Weil ich glaube, wenn es verbuggt, wäre Chat, hätte From Software das behoben. Vielleicht haben sie es noch nicht auf dem Schirm. Wer weiß. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, und was haben wir denn hier? Ein schönes! Zeig mal her den Aal! Oh, Bruder. Ich habe gerade so Nasenblut geschoben. Denkst du, warum fehlt noch eine Trophy? Aber ich weiß, was fehlt. Moment. Der letzte Spell fehlt noch vom Drache. Und deshalb muss man den großen weißen Drachen töten. Wenn er sich nicht wehrt, der Ehrenbruder. Damit man seinen Zauber kaufen kann. Beziehungsweise ist es ja ein Wunder, eine Anrufung. Und zwar diesen hier. Grey Rolls Brüllen. Für drei Drachenherzen. Drachenherzen. Oh! Lecker! Yeah! Die Trophäen knallen. Schmeckt! Nice! Jetzt fehlen mir nur noch alle Waffen. So, dann gehen wir oben ins Eisgebiet. In den Dungeon, der noch geht. Carsten, Streamcam mitten im Fünfer. Wann schaltest du mich mal wieder ab und schiebst einen Derben aus, Röster? Weiß nicht, Bruder. Hey, Mike! Danke für den Host, mein Bester. Schönen Abend an deine Konüte, Mann. Ich hoffe, euch geht's gut. So, Stufenaufstieg. Geschickt langsam auf 60 prügeln. Ja, mal schauen, wenn die Donos anfangen. Das auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat, aber in letzter Zeit hat es ein bisschen Überhand genommen. Mit diesen, ich sag jetzt mal, Pepega-Donations. Vielleicht werde ich in Zukunft die Donations auslassen. Also komplett auslassen. Gerade so bei Boss-Fights, Digga, es triggert einfach. Und dann immer, also wirklich so viele Donations seht ihr ja gar nicht, eingeblendet. So, wirklich so viele dämliche Donations immer so auf Krampf. Ja, ja, dumm ich auch, Game. Immer so auf Krampf. So auf Krampf. Irgendwelche dämlichen Fragen, irgendwelche witzigen Idioten-Kommentare für zwei schmutzige Euro, Digga. Wo der Staat noch 50% nimmt. Seh ich mich auch nicht mehr. Dodge doch. Scheiße auf die paar Seelen, die da liegen. Zähle ich als wieder im Kampf. Kann die Map nicht öffnen. Es ist so schlimm, Digga. Das ist so nervig. Oh, wie tanky sind die als Fernkämpfer. Das ist ja wieder eine spaßige Stelle. Also wirklich, Bro. Wie viel Damage das alles macht. Das ist einfach, das ist einfach das Spaßpaar. Steffko, danke noch für die Bits. Bro, wie viel Damage alles macht, man. Ich habe so eine geisteskranktränkige Rüstung. Bro, also wirklich bald rüste ich einfach dauerhaft den einen Talisman aus, damit die mich einfach am Arsch lehnen können, alle. Einfach diesen hier, zack. Bro, die haben so Spaß, ich schwöre. Bro, wie tanky sind die denn bitte? Bro, das sind halbe Bosse. Ey, ich bin so voll Pfeile, Mann. Aua. 2k für einen Lieb. Fünf Riesen geben die. Jetzt komme ich für dich. Jetzt komme ich für dich. Ja, ja, schieß weiter. Kann sein, das ist auch ein bisschen meine Schuld, ist Omega-Loot, wirst du deine Augen. Zack. Zack. So, Ehre wiederhergestellt. Die geblieben. Warum feile ich die jetzt eigentlich genau? Warum? Sind die alle so schottlos tanky? Oh, der Damage! Oh, der Damage! Die wahren Endbosse des Spiels. Junge, 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 Alter. Heilige Scheiße, Mann. Ach, hier ist wieder so ein unsichtbares Viech. Die jagen das. Die kriegen es nicht. ー Ok. Ja 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 Okay. wieder eine statue zum öffnen kommen mit mr krabs sei eine brafe krabbe na komm warum macht er jetzt hier zwei mal seinen schlaf gut guck mal das ist doch auch wieder einfach verarsche hier irgendwo muss ein dungeon eingang sein darf ich auch mal angreifen wäre nett ja in den dann wo ich jetzt rein steppe ist eine fein relevante waffe das müsste aber gewesen sein wenigstens gibt hier alles saftig runen so jetzt bin ich gespannt er ist auch ziemlich versteckt der dungeon höhle der verlorenen und drache der verlorenen so chat der plan ist wir machen jetzt diesen dann oh mein gott wie schön und sind qualis wir machen jetzt diesen dungeon dann machen wir hier oben diese borg wie reitet man dahin über welchen weg kommt man dahin die borg machen wir und dann machen wir den drachen im tornado gebiet jeden stream eine andere rüste du hast mehr rüste im elten ring als ich unterhosen kappi bro also retalk ich habe wirklich sehr sehr viele rüstungen und die meisten gefallen mir dritter rüstung ist geil dann diese diese gaben diese raben rüstung finde ich auch super nice können ja nachher mal ein bisschen items durchprobieren dann diese holos rüstung finde ich super geil dann haben wir eine zeit lang vom blühendel heißen die glaubt blühendel ritter die rüstung getragen fand ich auch super geil die wolf rüstung auch noch jetzt diese weil die halt noch tankiger ist will mal was ausprobieren chat probier mal wie viel mehr ich mich hiele mit dem talisman falls die wolf rüstung am meisten ja die kann ich auch wieder anziehen die rüstung ist geil die rüstung ist auch geil die ist mega geil die haben wir gestern auch mal angehabt auch richtig geil die habe ich auch richtig gefeiert also es gibt wahnsinnig viele geile rüstungen aber die wolf maske beziehungsweise die wolf rüstung ist eine der fucking sixen die wolf rüstung kriegt ihr als teil der rannes quest aber nur das set ohne kopf den kopf müsst ihr einzeln auf der map einsammeln ja stimmt die boss rüstung habe ich nicht mal von radern die rüstung ist auch richtig sick sehr gut und noch ziemlich fresh die richtige tanki rüstung ziehen wir dann immer an wenn es zu den bossfights geht schöne eis dungeon raderns rüstung findest du am geilsten panzer trost ich finde muss sagen die wolf rüstung finde ich am geilsten meine roh wie six das einfach ausschaut und auch von hinten mit diesem wunderschönen john snowmantel zwillings muss man auch mega geld muss mich wirklich waffen wo die blau wo die blaue zauberin geht wenn die nicht im türkis ich glaube du hast sie dann als figur muss dann bei einem bestimmten bonfire mit ihr reden da freue ich mich immer wenn ich einen runenbogen finde okay hier ist sackgasse wenn randy nicht da ist dann ist blight gerade bei radern und muss den erst besiegen stimmt die randy questline geht weiter wenn du radern besiegt hast hier oben haben wir noch ein item im item der kletternde boss ui hellen rune ist immer lecker so jetzt ist wieder die frage wo geht es zum boss hier sind wir her gekommen ja da da ist geheime wand irgendwo da habe ich irgendwo ein abzweig verpasst das sah schon aus wie eine geheime wand ja wenn ich den weg zum boss finde apex dann freue ich mich ja die großen runen kannst du nur mit einem runenbogen aktivieren genau so funktioniert das und dann ist die aktiv bis du sie entweder am leuchtfeuer wechselst oder das sieht doch so aus oder du stirbst das ist Oh, hier oben. Das musst du erst mal finden. Alter, so gemein gemacht. Wow. Hätte man nicht irgendwo der Twitch-Chat, Bruder. Man würde immer so lange in diesen Dungeons rumsuchen. Mach kein Auge. Ah ja, moin. Du merkst, dass du im Late-Game bist. Wenn sogar die Quallen zwei Schläge aushalten. Und 700 Ruhendreh geben. Ich wollte nie, dass ich so weit kommt, Chat. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich wollte schauen, was der Talisman bringt. Ich habe ihn doch schon ausgerüstet. Ich wollte, wenn er muss, es erst sehen, wie viel mehr ich mich heale. Also gefühlt so 20% mehr Heal. Die Frage ist, ob das ein Talisman-Platz wert ist. Oder ob man dann stattdessen einfach zwei Zipper nimmt. Okay, ganz schön tief hinab. Okay, Boss. Nice. Ah-ha. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Swag Großschwert der goldenen Ordnung Trophäen relevant Zeig mal her den Lachs Heiligwaffe Stärke, Geschicklichkeit, Glauben Oha, die sieht ja ultra sick aus Glauben 28 Sehr schöne Waffe Die hat so viele Items Müssen wir alle doppelt verkaufen Frag Reapers ist Schrott Leider nicht alles, was gut aussieht in Elden Ring ist auch gut vom Damage her Nehme ihn nochmal mit Am besten in einem Bossfight Wo man richtig viel Damage reinkommt Wenn ich mal wirklich fast ein HP bin Wie viel mehr Leben ich mich dann heale So Jetzt noch in das Schloss hier rein Chat Wo muss ich mich da am besten hinporten? Ich sehe auf den ersten Blick keinen Weg wo man hinlaufen kann Kann ich hier irgendwo rüberspringen? Brücke der Sünde Heute noch Warzone Ah, Bruder Da surft wieder jemand mit Internet Explorer Okay, wir können uns wieder ein Level ableisten Zack Aufstieg In die Schlucht reiten In die Schlucht reiten, sagst du Ah, tatsächlich Man kann einfach zu der Laufen Aber wie kommt man jetzt hier nach unten? Aber ich für die Level-Ups einen Rabatt-Code habe In-Game Leider nicht Da würde ich die 15% Rabatt auch mitnehmen Gerne abchecken, Chat Hydration-Drinks sind out Aber leider schon ausgekauft Also War es das komplett In den Tunnel dann Ich Flagel Sabel Ich 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 bek rage Ich 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 Vielen Dank.